Ja, machst du toll, Markus. Pointless. Wollen wir denn wirklich alle um den Boss kümmern? Müssen wir nicht. Es reicht, wenn zwei das machen. Oder vielleicht schaffe ich es auch alleine. Ich glaube, das geht bei dem Sommer recht gut. Er wird fast noch besser als beim Kolossus. Du machst ihn auf keinen Fall alleine. Ich werde ihn nicht alleine umbringen, klar. Aber ich werde ihn allein so lange aufhalten, bis ihr mit dem Rest fertig seid. Deal? Nö. Ich mach das jetzt trotzdem. Dann bleibe ich bei dir. Hier kommt noch er an uns vorbei. Was für mich geht über eine richtig große Chance Feuer schaden, oder? Weiß nicht, du siehst es eigentlich nicht. Das ist eine ganze Menge an Schaden. Was, was verlierst du hier? Weil er schwach ist. Der schlechte Boss. Noch der Erste, was du mit dem Fenster war, ich weiß. Platz. Alles aufgeklärt. Das ist der Erste, was der gekommen ist, ja. Auf der letzten Map vom ersten Gebiet. Bleib hier, du scheiß Boss. Ja, ich freu dich. Der Schmachler ist gut. Äh, nope. Ach, der hat... Nein, der hat mich ja noch gemacht. Eigentlich versuchte ich ihn abzuhalten, aber der hat mich nicht ignoriert. Ja, du schaffst das hier in der Leingangsten halt. Das stimmt. Ach, der ist ja nicht. Ist klar. Nö, nö, ich bin, ich bin mir nicht schuld. Ich hab immer gesagt, dass du nicht ganz so viel Rechner richten. Nicht ganz so viel. Ich hätte ihn, um mir zu gerufen, wenn auch was passiert wäre, ne? Das ist voll schaffbar. Mach die schnell fertig. Wie ist er? Also... Keiner ist zwar pink und wabert, aber... steht noch. 30. 18. 27. 28. Ich hab den Gedankenkontroll zu umgekriegt. Ja, ich hab nen Gittlingleser bekommen. Ich hab nix bekommen. Das Töten eines Gegners verleiht dir 20% zusätzlichen Schadensbonus für 8 Sekunden. Äh, nun ja. Ich bin fast lieber, dass das Waffen wechseln. Ne, das ist nicht. Das ist doof. Wow, wir sind sogar vom Schaden gleich auf, oder? Moment, ich schalt mal Simon aus und die Türme aus. Wir sind... Ich hab ein bisschen... Ne, du hast... du hast so, glaub ich, so einen Millimeter mehr als ich. Weiß nicht, das ist schwer zu beurteilen. Wie auch kein Geodreikel. Oh Gott. Ähm, ich kann mal mein DS dran halten von der Breite her. Ich darf das machen, so wie sie keine Volltreffer und ist dementsprechend eigentlich relativ ineffizient im Netz der Balliste. Das ist extrem effizient, weil... der Schuss zu Volltreffer-Ratio und so. Eben. Ich schiesse alle zwei Sekunden. Ach so. Einen einzigen Schuss, das hab ich dir jetzt, glaub ich, schon zum 50. Mal erklärt. Hm. Gut, ja. Und du musst so sehen, gerade bei den Schwämmen... ist jeder einzelne Feuerschaden auch ein kritischer Treffer. Mhm. Nebenbei. Lief grad im Ladebischof so hinterher so ne Countrymusik mit so nem Banjo? Das... nein, das war das Radio. Ah. Die letzte Auffassung. Warum hast du so früh weggeklickt? Jetzt weiß ich nicht, wer mehr Schaden gemacht hat. Ähm. Jetzt sagen wir, du hast mehr Schaden gemacht, okay? Guckst du an. Guckst du, Video. Denkst du, ich schau mir die Videos an? Sollte man meinen? Nicht? Nee. Wir kämpfen nicht länger alleine! Wir kämpfen nicht länger alleine! Wir kämpfen nicht länger alleine! Alright, dann. So. Ist das nicht schön? Hui. Ja, die schaut schön aus. Ja, die schaut schön aus. Keine Zeit, zu waschen. Hm. Die ist cool, von der Map her wenigstens, ja. Und ich hab sie wieder an Knopf gefunden. Und ich weiß die Tür, die öffnet. Soll ich den Knopf? Aha! Knew it! Wo läuft der Kerl eigentlich? Sieht man den jetzt irgendwo? Schade. Nee. Eher weniger. Hier ist ein Spielautomat, aber der ist leider aus. Oh, da hat man doch immer drauf spielen können, oder? Nur wenn die an sind. Hm, das ist so ein komischer Pausenraum anscheinend. Ja. Danke. Hm. Seriously? Aha! Ja, aber man könnte auf den Rohren landen, konnte man auch, aber das ist genau die Todeshöhe. Die Todeshöhe! Dün, dün, dün! Dün! Dün, dün! 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 Ich kenn euch nicht! Echt? Das müssen wir ändern! Ja! Das ist der Horst! Horst? Ja! Horst! Offenbar! Meinen Namen hab ich grad vergessen! Dün! Dün! Dedlev! 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 Hörst! Hey! Dedlev! Hörst! Richtig! Richtig hart ausgesprochene, denen ist Dedlev so ganz weich. Wir haben Dedlev und HORST! Ja! und du bist dann jeremy jacqueline ok ok die eltern konnten sich nicht entscheiden ob es ein mädchen oder ein junger wird jeremy jacqueline ok wer ist mädchen geworden wäre es jacqueline jeremy oh die sind förderbänder die bewegen einen die bewegen einen nicht doch die bewegen einen ach die bewegen sich okay die oben bewegen sich nicht doch die pushen nicht glaub ich aber auch die die hier nicht die hier nicht die stehen aus tätig ok ja mittelpart und links das muss ich ja das vielleicht nochmal könnte ich jetzt schon die damit zu tun tun wird ja tun wir es genau aber eben mann mich an erst nachdem du das da verflossen hast was genau erwischt mit der blau die ecke hier ja weil ich bei der k.i. nicht auslesen kann dass die nicht auch hier lang laufen werden markus ja ja bin dabei hm nicht da ist auch da für die damage zone achso ne die hm ne die passt ok so ein bisschen doof mit der damage ne ok wieso hast du alles wieso wieso das so ne bis hier hin machen wollte aber naja bringen sie halt ein zweiter nach Albert Isen halt Osten ich sagte einfach rechts nee weil ich will dass die über vier Ecken laufen dann kommen sie nicht mehr runter sie müssen ja wieder runter kommen ja mach mal abgeschmeckte damage so und die anderen drei breite ist dafür aber umso länger vier breite nach vielen denn Ecke was dann auch 15 Türmeer gibt ähh ok mhm und so und so wenn du das sagst war für das Spielstrangton 2 ja das weiß ich ja aber er ist nicht mehr in unserer Gruppe ja das hab ich auch gesehen ja aber warum wurde ich rausgeschmissen ja aber wahrscheinlich dein Mikrochler wieder ich bin mir neu aber wie sich die Runde noch nicht angefangen lädt nicht mehr ein niemals dann nicht hallo Steam Overlay danke ja mit den kleinen Krampagnen zu anfangen ja gut mal schauen was machen wir denn ja mal schauen wir mal das einen besseren Zeitpunkt zum rausfliegen hätte ich mir aber nicht wünschen können oh wow weil das Spiel natürlich angefangen hat und noch keine XP verteilt wurden ja hm ach ich hab immer noch Punkte haha ähm ähm hm super bis Punkte ja du hast meine Punkte wieder gekriegt als ich gestorben bin geht sie mir wieder ich bin noch was bauen du hast gerade ganz ruhig mit den Auge geklempert ach ist das Geld das ist schon eine echt geile Damage-Dombe wie wir haben ähm ja Rest muss auch gut kommt noch ist noch 1D aber ne so schon 2D haha ja 150 dann baue ich doch gleich noch einen Aketenturm hin dort jaaaa ne warum nicht weil Baum ich es wirkt irgendwie nicht so wirklich effizient da am Aketenturm zu bauen da ist der Fokus schon sinnvoller hm den aufzuwerten ja nun oder halt irgendeinen von den beiden aufzuwerten damit der unter Umständen da auf die obere Lane noch drauf coilt ja weil der Fokus nicht länger wird wenn er nicht komplett aufgewertet ist das hat jetzt 75 von 100 glaube ich so das und das reicht nicht und das ändert die Reichweite nicht bei dem hm was denn da kann man stehen kommt man eigentlich auf die Füße hoch 2 cm ja juffa nein ich hab mich selbst untergeschmissen du bist ein Held ja oh nein das war zu kurz ich hab dir recht aber weder der den wir brauchen noch der den wir verdienen nicht ach komm das ist ein Ghost-Wall das ist ein Ghost-Wall das ist ein Ghost-Wall Ghost Ok so viel Namen das Ding und nicht bei einer once ever-Wall Ghost-Wall ja sind wir gleich wollen einmal deinen Arsch treten beim Die kommen nicht zur Damage-Down, das erlauben wir nicht. Okay. Wenn wir sich hier ewig im Kreis dosten müssen, das ist egal. Nein, das sind wirklich Kufa. Ja, weil die keine Atom mehr haben. Oh Diago! Nein, ich bin stuck! Nein! Aber es ist ein selten nämlicher Spawnpunkt, den wir hier haben. Warum? Weil dieser Spawnpunkt so weit ab von allem ist. Ach so, weil du schon wieder gefreckt wirst, oder wie? Ja. Wir können Smashing Face in den Eingang, so. Was macht das? Ah, hat doch einer. Ja, okay, einer hat's mal kurz berührt. Kann man jetzt schon als erfolgreich werden. Machen wir die Mistbusters, wir nennen uns plausibel. Sonst immer der Hopfen Mist und Perfektionisten für das Mögliche. Oh, jetzt kommen sie von rechts. Oh, jetzt kommen sie von rechts. Ich denke, das würde es mehr Sinn machen, wenn wir da die Wand mit was vorziehen, genau. Das liegt auch voll, ja. Da gehen Tom dann dahin, vielleicht? Können wir Mähnen auf der Map brauchen? Eigentlich ja nicht, ne? Ja. Naja. Am Kern halt. Oder nicht? Ja gut, aber am Kern ist halt nix, wo man bauen könnte. Das heißt, wir müssen ständig die ganze Zeit hier uns in die Gegend schleppen. Markus, gut gemacht. Renne mich rein. Das war für den Turm geplant. Den einen, der noch nicht abbildet ist? Gaus? Okay, ich baue nicht aus. Markus? Ja. Mach doch lieber am Feuerlight-Turm. Ich hab keinen Feuerlight-Turm. Wo ist ne Amp? Aber ne Amp ist ne gute Idee. Aber da brauche ich den Power. Ja, warten wir bis nächstes ohne mit der Amp. Nö. Obwohl das kein guter Platz ist für ne Amp. Ist hier besser, ne? Ach ja. Erwischt zwar jetzt keinen einzigen Turm, außer dem Gegend-Turm, aber egal. Go. Ich bin dagegen. Tja. Hey. Ehh... Here we go. Deine Bandnade, die als Gräser nicht mehr rot. Die waren schon immer so orange. Ja. Ich kann nicht sagen, dass er immer rot auskommt. Wahrscheinlich bin ich nicht nah genug dran, was. Besser. Ich bin schon ziemlich raus, beziehungsweise angeblich dran dran. Weil ich feier nicht so einen Weiterschnitt. Ich brauch schon was. Aber wo tut er umfallen? Oh, fällst du jetzt nicht um, oder? Ja, aber fast. Weil ich hab den König nicht mehr dran, deswegen muss ich echt aufpassen. Ja, ich auch nicht. Du wolltest ihn auch nicht haben. Ich hab mal den gehabt. Doch, ich hab einmal. Hey, ist irgendwer zu Damage zu mir gekommen? Nee, oder? Ich glaub nicht. Ha. Dreck der Schuss. Nee, hatte ich. Nee, hatte ich, der ist explodiert. Bei mir stand der gerade, der hat den ersten Treffer. Ist? Ja. Vielleicht hat der Ball gleichzeitig getroffen. Komm auf. Ja, das wird's gewesen sein. Nee, ich hatte den letzten Treffer einfach. Auch gut. Vielen Dank. Lauf mal nicht ins Gesicht! Doch. Nein! Doch, das ist der Sinn von dem Ganzen. Nein, das ist es nicht. Wo du kannst du jetzt auch gar nicht richtig laut übersteuern. Und gerade wahrscheinlich jeden der potenziellen Zuschauer das Trommelfeld zerstört. Das war überhaupt nicht mehr absichtlich. Aus diesem Trommelfeld ist das schon ein bisschen was mehr in der Regel. Das war deine Stimme. Das war deine Stimme. Ja. Ja. Wohin willst du den haben? Ich weiß nicht. Ja, dann frag nicht, ob du den haben willst. Also, was meinst du mit hier da? Oh, Landtum hierhin, ja. Anscheinend doch nicht. Ne? Siehst du mal wie scheiße das ist. Hehehe. Äh, dieses, siehst du mal wie scheiße das ist. Das ist eine blöde Aussage, weil ich hier das ständig, weil ich eigentlich grundsätzlich immer in meinem Weg stehe. Ja, aber ihm hast du dich aber gefreut. Äh? Äh? Äh. Äh. So, jetzt reich ich den Trommel auch alle hoch. Das ist schön. Echt? Ja, oh. Oder das Gerda nicht ganz, aber zumindest Fokus und Scanola. Weil das Gerda auch teilweise. Naja. Grenzwertig. Ja, teilweise. Aber wenn wir... Ne. Doch, wenn wir die Amp overchargen, müsste das ja noch weitergehen. Wetten wir die Gatling auf. Ja. Ich finde, die Punkte kommen denen keine unter. Ne. Okay. Good to go. Äh, was kommt jetzt eigentlich? Spucker und... Und Läufer. Icke Spucker, ne. Wie Icke Läufer. Ja. Ebenso. Wie viele Spucker sind das? Drei oder so? Ja. Ja. Einen Spucker, ja. Sollte immer schaffen. Ich weiß, ich bringe eigentlich zuerst der Fetzen mit der Demonstration hier. Ja, und vor allem mit dem Feuer, was ich Feuer drauf werfe. Ja. Ja. Oh, ein Spucker geht durch. Nicht mehr. Jetzt habe ich noch drei Treffen, aber macht man Fragen. Hat den letzten Treffer. Wow. In dem Fall schon, ja. Die bleibt. Wie ist das? Der Limit. Ach ja. Hoch. Ist du nur wieder? Ne. Was weiß ich? Ja. Ja. Passt. Ach, macht viel, okay. Das, das muss es stehen. Nein, hör auf! Was wär das denn jetzt? Ja, das soll ja stehen bleiben. Perfekt. Ich geh auf die, ähm, auf die, auf die, auf die, auf die Mini-Kämpfer da. Der muss nie so weit, ne? Läufer. Ja, ich weiß, wofür. Oh, Simon hat mich zu sehr abgelehnt. Dann geh dir auf die acht den anderen Viecher, weil die mehr Schaden machen, wahrscheinlich. Die anderen lassen dich vielleicht da ablenken und alles. Wie? Seriously? Seriously. Autsch! Ja, ich war's da. Are you okay? Läufer. Läufer, natürlich aufs Boss. Ah! Alter, woran bin ich jetzt gestorben? Ich war schon längst wieder aus deren Reichweite raus. Arsch! Oh, episch! Man geht einen Schritt weiter und fällt jetzt mal runter. Wir sind am Kern! Jo! Ist mir scheißegal! Soll es aber nicht! Ja, das ist mir egal, weil hier das egal ist. Ich hab dich in den Tod geschossen. Ja, offenbar. So geil. Du zitterst tatsächlich zu mich. Ja, danke. Ich wollte das mal den extra machen. Wie, das machst du nicht extra? Das sieht sinnvoll aus. Natürlich ist es sinnvoll. So, eigentlich eher weniger. Natürlich. So, wir haben drei Spucke. Und sechs Spreber. Das ist nichts eigentlich. Wo? Vielen Dank. Was wollt ihr eigentlich hier machen gerade? Halt ein bisschen. Ach, ihr wollt hier verlängern, okay. Ja, genau. Jetzt ist es ein bisschen. Ja. Ja. Genau. Hm, ich hab zu viel Geld. Was? Zu viel Geld. Ja, okay, die Kettling. Ah, ja. Die Käls ist bestimmt gut.